Moin, was geht? Willkommen zum Vlog. Ich bin im Bootcamp in Stuttgart und hab Grants in der Woche. Es ist gerade 13 Uhr und ich lieg im Bett. Ich nehm euch heute bei Allendmöd wieder. Tschüss. So, wir sind jetzt im Bootcamp. Ich bin jetzt aufgestanden, war schon duschen und wir stellen euch jetzt einmal alle vor. Buddy, mein TikTok-Manager. Sofie, Hure. Felix, wie geht's dir für dich? Der lässt sich bringen, geht super. Fick die Klauder! Sag mal was, sag mal was in die Kamera. Facebook, am Grinden für Grants. Äh, was geht, Jungs? Kylie, und Malo. Alter, Light-Skin-Blick. Oh mein Gott. Burger angekommen. Price, völlig bright. Und jetzt hört euch mal an, wie knackig diese Latte. Schaut euch mal probieren? Sag mal, wie rein wir filmen. Guck mal, wenn du auf dem Weg kommst. Ihr On-Links, ihr underrated. Trust in yourself. Alter, guck mal, Felix' Rücken. Und ihr sagt, mein Rücken ist schlimm? Alter, Felix, was ist das? Ja, nee, jetzt richtig hinsetzen, ne? Flüchi! Oh Mann, du bist so ein Auffall, ey, ey. Oh Mann, wie geh ich jetzt spazieren? Komm. Komm. Wir gehen jetzt spazieren, doch. Buddy schlägt auf gar keinen Verbauen zum Zimmer, by the way. Doch. Wie geht's dir heute, Felix, an diesem wunderschönen Tag? Müde, er hat 10 Minuten geschlafen. Wie gut? Bist müde? Wollen wir nicht schlafen lassen? Wer hat denn noch schlafen? Felix, aber wie geht's dir heute? Ich geh nicht spazieren. Wieso gehst du nicht spazieren? Ich bin müde, wie gelacht. Aber egal, müde, scheiß drauf. Doch. Drete doch mal mit mir, Daddy. Daddy, Danny. Daddy, Danny. Ich bin müde. Warum bist du müde? Weiß noch sechs Stunden, nicht schlafen. Nur. Wie viel hast du geschlafen, sag ich mal? 8,5. 10. Schüttern. Du kannst da geschlafen können. Ja, hab ich aber nicht. Und jetzt? Ich weiß nicht. Ach ja, das wird dein Pech, das ich nicht mitkomme. Du willst zu... Komm doch einfach mit, zieh dir deine Schuhe an. Ich will doch einfach kurz schlafen. Felix, komm doch mit raus jetzt. Rausgehen ist gut. Wie das so, oder Markus, komm wieder mit einem aufstehen? Ich schlafe ja nur eine halbe Stunde. So gar nicht. Nee. Nein. Ich kann das gut einschätzen. Du kannst das Kreisdreck gut einschätzen. Was willst du? Komm nicht mit. Komm jetzt mit. Okay, dann geht's jetzt ab. Komm, nerv mich doch nicht. Geil. Ich würde nicht seine Hand anfassen. Machst du mich an? Fortnite Pros draußen. Jetzt irgendwo spazieren, weil das muss auch mal sein. Benni. Ich habe Kraft, du Glück. Bro, touch grass. Damn. Felix ist das erste Mal in sein Leben rausgegangen. Da sind Felix Freunde auch schon. Wir sind hier spazieren. Es ist schön sonnig draußen. Schönes Wetter in Stuttgart in Waibling. Hier stinkt es wie Felix. Da ist Felix Mutter. Felix Schwester. Und da ist Felix. Fühlst du dich hier? Fremd. Hi Felix. Das war geistig für ihn. Felix hat mir gerade aussehen, seinen Elmbogen in die Fresse gehauen. Aus Versehen. Du Wichser. Sag jetzt Entschuldigung Daddy und Blasen ein. Entschuldigung Daddy. Jetzt gibt ihr nicht. Ich gehe. Ja okay. Komm mal da, Spiner Man. Das ist so krass. Was der da macht. Der klingt ohne aus der PC alles. Okay wir checken jetzt Food. Felix was hast du hier? Was hast du hier Felix? Spaghetti Balladelle. Okay. Sag mal wie es schmeckt. Wir machen jetzt Rating. Hast du einen Teller hergezaubert? Oh mein Gott. Ja. Family game game. Was ist der Lieferant? Warum steht er sich bei Ihnen? Was ist das? Felix. Ich fang halt die Balladelle. Guten Hunger. Sehr gut. 100 Wann-U-Ons gleich Chat. Ich fick gleich Felix in den Arsch. Und nicht nur in Lüerleif. Oh hier praktischen ist er gerade für Grants. Ja wir spielen hier gerade alle in Customs und sowas. Ich hoffe Grants wird gut. Heute Abend trimme ich noch ein bisschen. Wir spielen jetzt alle schon den ganzen Tag. Können wir am praktischen, Stretcher machen. Sehr sehr viel Vorbereitung. Die meisten von euch sehen immer nur wie wir zocken und sowas. Aber wir müssen auch mal richtig praktischen. Ja ich freue mich tatsächlich sehr aufgranz. Ich habe sehr sehr doll Bock. Ich kann natürlich alles dann bei Yamaha in der Viewing Party sehr sehr gerne zuschauen. Sind sehr sehr cool. Denk Janis haben und ich haben auch sehr sehr gute Chance gut zu placen. Sein Armsleaf riecht einfach nach Kacke. Zeig mal. Welcher Armsleaf? Ah witzig vielleicht du. Welcher Armsleaf? Felix und ich spielen unerlaubte Sachen. Felix und ich haben 13 Kills in Nobel. Das ist gar nicht erlaubt. Jetzt heizt ihr noch mal einen ein. Ich habe gesagt wenn er das Game gewinnt kriegt er free McDonalds. Komm Felix das holt sie hoch. 20 Bomb. Heizt ihr einen ein. Eingeheizt. Boah! Nein! Egal gute Runde. In FNCS hätten wir 100 Punkte Felix. Mehr. Dann haben wir jetzt auf Fett 4 KFC bestellt. Ich werde jetzt am Katzen stehen. Ich habe keine Flicks hier jeden immer noch einen eingeheizt. Felix, wie es schmeckt? Gut. Was hast du denn da? Ja Kacke. Hier ist mein Setup. Sehr cool. Es sind hier Dead Vibes. Die anderen sind alle feiern. Wir wissen nicht was ihr macht. Es ist gerade 0 Uhr. Felix, ich bin so ein Autist. Der weiß gar nicht. Der passt uns nicht an sein. Das bin ich an zu kriegen. Guck mal wie er sich freut. Er ist so ein Opfer. Du bist doch ein U*****. Ich habe ihm 5 Millionen angeboten wenn ich das ganze Ding in sein Ohr schieben. Guck mal wie er sich freut wenn es in sein Ohr ist. Das ist eine Scheiße. Guck mal wie er sich freut. Hier geht es ab. Es fängt an Tischtennis. Alter bist du witzig. Hast du mir fast in das Gesicht kamen. Lass mich... Hör auf, hör auf Felix. Am Montag wird es wahrscheinlich direkt beide Tage Grants kommen. Ich werde Grants natürlich aufnehmen. Nicht streamen. Hold up. Let him cook. Okay 2, 1, go. Badi gegen Trexer. Was passiert ist es 4.30 Uhr morgens. Wir wissen ja alle wirklich was wir machen. Badi wurde richtig einen eingeschenkt. Und jetzt bin ich der Kind. Oh ja. Geil. Oh Mann. Polizei. Die haben mich ausgespürt. Die haben mich ausgespürt. Outro